Mahlzeit! Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Frankfurt und gucken uns zwei Autos an. Das Video dazu wird wahrscheinlich schon gelaufen sein. Auf jeden Fall hat der Julian ja mal bei Instagram den Aufruf gestartet, dass ihr eure Fragen an uns richten könnt oder an der Stelle an mich und ich versuche da mal so gut es geht und so wahrheitsgemäß es möglich ist darauf einzugehen. Frage Nummer eins. Wie fing es an der ehemaligen Tankstelle an? Wie viele Fahrzeuge und Personal? Da sind wir ja glaube ich 2018 hingezogen, im Oktober glaube ich, also jetzt genau bald drei Jahre mit zu dritt, also zu viert mit mir und vielleicht 50 Autos ungefähr. 40, 50 Autos mehr waren es nicht. Da war noch der Hof ziemlich leer. Können wir mal kurz eins mit Bilder reinschieben wie das aussah. Wie sieht es denn aus mit Pullis und T-Shirts und Grüße aus dem Osten? Mahlzeit an der Stelle. Wir arbeiten gerade dran. Wir sind aber durch Urlaub und krank. Leider nie wirklich vorangekommen und wie ihr seht sind wir ja gerade wieder unterwegs. Da wird also auch wieder nichts. Und wir arbeiten aber dran. Ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt die kommenden Tage endlich finalisieren können. Ja wir sind ja auch schon so im finalen Schritt würde ich sagen. Wir sind eigentlich im finalen Schritt. Wir müssen uns eigentlich nur noch für die Stückzahlen entscheiden. Genau. Das ist eigentlich so das Thema jetzt gerade. Wie viel. Wir wollen halt nie zu viel machen. Im Zweifel ziehe ich das halt bis zu meinem Lebensende an das Zeug. Wo ist ich mit? Das ist wenn es keiner haben will. Zwar keine Frage. Bitte macht ein Video über den E39 M5. Ja machen wir noch. Ja das ist schon aufgeplant. Fangen wir auf jeden Fall jetzt mal an. Das schreit auch nach dem Video das Auto für dich. Ja für dich auf jeden Fall. Ich kann es schon wieder hören. Wann hat man dann mal Unrecht? Die Lisa? Ich gehe davon aus dass das gemeldet ist oder dass sie gemeldet ist. Ja genau so oft wie ich Unrecht habe. Das nimmt sich nicht. Glaube ich. Also sie hat genauso Unrecht wie ich und wie alle anderen. Muss ich sagen. Perfekt ist hier niemand. Wie ist die Situation bei euch? Bei Situation ja. Also eigentlich jetzt. Alle sind erstmal im grünen Bereich. Müssen jetzt eben gucken wie es jetzt weitergeht. Es gibt jetzt also keinen Grund jetzt übelst zu klagen oder sowas. Also alles gut. Sind erstmal zufrieden auf jeden Fall mit dem was wir jetzt geschafft haben dieses Jahr. Klar wollten wir gerne schon ein bisschen weiter sein. Jetzt nicht bloß mit dem Verkäufen. Sondern eben auch mit anderen Sachen. Aber Faktor Corona und Faktor Mensch kannst du halt nicht beeinflussen. Da kannst du halt nicht viel Einfluss drauf ausüben. Du kannst natürlich versuchen dagegen zu steuern. Aber eben ohne bis zu einem gewissen Teil. Der Rest ist quasi den lieben Herrn überlassen. Und dem Glück und Zufall und deiner eigenen Schaffungskraft. Ich gehe davon aus, dass wir Richtung Winter. Das ist meine traurige Vermutung. Was wahrscheinlich viele vermuten werden. Dass wir Richtung Winter wieder in einem Abfuck landen werden. Mit Lockdown hier, Lockdown da. Reisverbot, Kontaktbeschränkungen bla bla bla. Das ist alles nur eine Frage der Zeit meiner Meinung nach. Da helfen auch keine Spritzen. Und ich denke diesen Winter wird sich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen trennen. Nicht bloß im Autohandel. Und was ich jetzt so mitbekommen habe übrigens. Nur so als Rand-Fakt. Wir hatten letztens ein Auto verkauft an jemanden. Der kommt aus der Automobilzulieferindustrie. War quasi Geschäftsführer von zwei großen Guten. Die für die Herstellung von Motorenteilen für Verbrennertechnik zuständig waren. Also sprich Lockenwellen, Kurbelwellen, Beetunternehmen haben die jetzt abgewickelt. In den letzten acht Jahren. Mit mehreren tausend Mitarbeitern. Da weißt du was, das Sterben ist da. Und davor habe ich nicht bloß vor Corona Angst. Also Angst nicht direkt. Aber ich habe halt Sorge um die Zukunft des Automobils, des Handels. Und generell Deutschland als Wirtschaftsfaktor im Automobilsektor. Da habe ich echt Sorge. Da sehe ich auch keine guten Zukunftsaussichten. Auch wenn sie noch so viel erzählen wie geil das alles wird. Wo sind denn da die Reichweiten? Angeblich hier. 500, 600 Kilometer. Gar kein Thema. 2000 E20. Soll es alles geben. Wo sind denn die Autos, die das fahren? Also in realen Bedingungen. Nicht nur im Katalog. Genau. In der Simulation, im Computer. Sondern im echten Leben. In Anbetracht der Gewährleistung, die jetzt verlängert wird am 01.01. Und dann ins Hinblick noch dazu, dass der Verbrenner verschwinden wird. Durch E-Mobilität zwangsläufig ersetzt werden wird. So sieht es ja bis jetzt aus. Also man muss ja davon ausgehen. Ich meine es wird immer weiter gehen. Aber ob wir im selben, über das geile Concorde. Ob wir im selben Art und Umfang so weitermachen können wie jetzt bezweifle ich aktuell. Muss ehrlich sein. Corona. Die Grün. Die E-Mobilität. Plus noch dazu die Gewährleistungsnummer. Also Autohandel ist glaube ich gerade eher so das Business. Was mit Sicherheit die nächsten Jahre Wandlungen unter sich unterziehen werden muss. Und ausgedünnt wird wahrscheinlich. Das auch. Das auch. Aber das ist immer so. So ein Yin und Yang Ding. So ein Ausgleich. Mal ist es die Baubranche, die gefickt wird. Dann ist es der Autohandel und die Automobilbranche. Dann ist es wieder andersrum. Ja. Das stimmt. Auf und ab. Wie immer. Es ist ein Auf und Ab. Genau. Wir hatten jetzt die letzten 10. Seitdem ich im Autohandel war oder bin. Die letzten 15 Jahre ging es eigentlich nur bergauf. Meiner Meinung nach. Und jetzt kommt so die ersten Male wo du denkst so. Ob es jetzt noch weiter bergauf geht. Man weiß es nicht. Ist gerade eher schwierig. Das einzuschätzen. Next. Eure Meinung zum Kia Pro 7 GT. Neues Modell. Noch nie gesehen. Also ja. Okay. Cool sieht es aus. Aber das neue Modell. Noch nie gesehen. Genau. Kein schlicht zu sagen. Schlechtester Autodeal. Bester Autodeal. Der G-Modell. Das war auf jeden Fall der schlechteste Deal dieses Jahr. Mindestens. Ganz ehrlich. So richtig schlechte Deals. Kannst du jetzt eigentlich gar nicht sagen. Aber jetzt wo du so richtig rein pulverst. Ist gerade so das G-Modell. Auf jeden Fall. Beste Deal. Beste Deal. Also ganz ehrlich. Vielleicht liegt es so einfach darum. Dass ich halt das so fühle. Aber die besten Deals. Finde ich halt immer so mit Bursche. Wahrscheinlich liegt es daran. Dass es halt. Mir selber halt. Liegt. Das Thema. Das Auto. Oder die Marke. Vielmehr. Aber du machst auch mit anderen Autos gute Deals. Du kannst auch mit einem Skoda Superb einen guten Deal machen. Genauso wie mit einem 911. 997. Das kann man gar nicht so verallgemeinern. Wenn man jetzt rein von den Margen her geht. Ist natürlich ein Auto. Was teurer ist. Im EK. Natürlich im Regelfall als Einzelmarge. Meist besser. Als wenn du jetzt ein Auto für 15 kaufst. Und verkaufst du es für 18 mal. Als Beispiel. Na wenn du so ein Ding kaufst für 60. Dann möchtest du eben schon. Dann. Logischerweise. Im Idealfall. Wäre halt top. Wenn es klappt. Das Dreifache machen dann. Weil du ja mehr Kapital bittest. Wenn du Pech hast. Guckst du das Ding das nächste halbe Jahr an. Dann hast du tolles Kapital in deinem gestehen. Na. Nächste Frage vom selben. Würdest du statt jetzt. Alles nochmal genauso machen? Ja. Also auch die Größe vom Handel aktuell. Würdest du nur. Ich würde vielleicht doch. Naja. Ich weiß ja gar nicht. Das ist eine interessante Frage. Ob ich die Größe des Handels machen würde. Ich glaube ich würde von Anfang an versuchen in eine andere Richtung zu lenken. Von Anfang an. Du willst wahrscheinlich die Neu- und Jahreswagen weglassen? Ja. Korrekt. Die würde ich weglassen. Weil das ist ein Scheißgeschäft. Meiner Meinung nach. Ist wirklich ein Scheißgeschäft. Ist der letzte. Sauservice ist der letzte Dreck. Ist wirklich der letzte Dreck. Dieses Neuwagen und Jahreswagengeschäft. Das macht wirklich keinen Spaß. Das ist wirklich ein Geficke vorm Herrn. Das kannst du wirklich machen. Wenn du da spezialisiert bist. Also wenn du nur das machst. Oder wirklich top fit bist. Weil Jahreswagen und Neuwagen sind ein eigenes Business für sich. Ist meine Meinung. Du kannst es mit klassischen gebrauchten. Gar nicht so vergleichen. Du bist halt extremst vergleichbar. Und ich wüsste. Das fühle ich halt einfach. Ja. Obwohl die Autos schön sind. Also es gibt wirklich viele schöne Autos. Für extremst den VWRTern. Ja. Cooles Ding. Auch der Opel Brandland. Super cooles Auto. Aber es nervt. Ja. Das Geschäft als solches nervt. Man wird halt auch immer mit dem Vertragshinter. Dann unterbieten die sich alle gegenseitig. Ja und das ist gerade aktuell nicht ganz so schlimm. Weil es einfach nie genug Ware gibt. Ne. Es stehen zwar immer noch gefühlt viele Autos im Netz. Aber ruft da mal an. Frag mal nach. Stimmt. Ich hatte letztens eben von so einer riesen Vermittlerbude dran. Die haben ein Seat Long für den Kunden bei uns gekauft. Der Kunde hat aber eigentlich schon ein Auto gekauft. Das gab es dann aber auf einmal nicht mehr. Ganz dubios. Ja oder so. Und der sagte, dass die erste Frage ist. Erst nach dem Auto. Die zweite Frage war. Haben wir die noch wirklich da? Dann habe ich natürlich direkt eingehakt. Sag aber. Wie kommst du denn drauf? Mhm. Dann sagt er ja. Ich rufe es gerade beim fünften Händler an. Oder sechsten Händler. Und alle anderen vorher haben gesagt. Ja ja. Ist dann und dann da. Ist gekauft. Kommt dann aber. Achso. Ja. Kann ich eine interessante Story gerade aus der Hand erzählen. Von einem. Jemand aus unserer Community. Der hat mir etwas persönlich erzählt. Neuer Audi Q8 bestellt. Ja. Letztes Jahr im. Ich glaube im November. Oktober, November. Und da hieß es irgendwie. Irgendwie. Keine Ahnung. März, April soll das Ding kommen. Also ein halbes Jahr oder sowas. Auto ist bis heute noch nicht da. März August. Und ähm. Hashtag Travi 20 in 20. Ja und wenn es so weiter geht. Nehme ich mal an. Was dauert locker. Ja. Und das ist halt so diese Scheibchen Taktik. Die die Hersteller immer so ein bisschen anwenden. Ja. Oder die Verkäufer. Was soll nicht wo anderes machen. Die wissen es doch selber nicht. Die können es doch nur mutmaßen. Ne. Und so wird dann halt den Kunden erzählt. Ja in drei Monaten. In drei Monaten. In drei Monaten. In drei Monaten. Und dann ist es nicht auch rum. Oder anderthalb. Scheibchen Dinger gehört von anderthalb Jahren. Das ist total krank. Und das verrückte ist. Wenn du jetzt los gehst als Kunde. Und sagst. Ich kaufe jetzt ein neues Auto. Bestellst das. Wie viele Verkäufer sind denn so ehrlich. Und sagen. Ja komm jetzt machen die Bestellung. Gar kein Problem. Aber frühestens nächstes. Also in zwölf Monaten. Da hast du. Was machst du denn dann? Also ich dachte so. Äh. Wann? Hallo. Da weißt du noch nicht mal ob ich da überhaupt noch erlebe. Ja da verkaufst du ja nichts. Da verkaufst du nichts. Ja. Also was erzählst du? Ja zwischen vier und sechs Monaten. Weil sonst steht der Kunde auf. Und geht zum nächsten. Der genau das erzählt. Was die Kunde gerne hören will. Und da sind wir wieder beim Thema. Ne. Dass die Leute angelogen werden wollen. Ja. Kannst gar nicht zu ihm hingehen. Und sagen. Dauert zwölf Monate. Vielleicht auch 18. Ich weiß es nicht genau. Was macht denn dann der Kunde? Sagt. Achso. Danke dann. Schönen Tag noch. Tschüss. Ne. Es ist auch so. Dass die Hersteller Autos stehen lassen. Da haben. Wirklich stehen lassen. Um den Markt mal so ein bisschen. Ja. Ich sag mal nur. Du kriegst keine Nachlässe mehr. Zum Beispiel. Ne. Um solchen Sachen eben mal ein bisschen vorzubeugen. Das siehst du auch extrem. Bei Audi zum Beispiel. Wenn ich nach Hause fahre. Stehen die Wiesen komplett voll mit Audi. Komplett. Alles. Also das ist kein. Ich weiß noch nicht genau. Was da der Plan ist. Aber wahrscheinlich um Preise mal wieder stabil zu halten. Ja. Um nie mit 30% oder 35% in den Markt zu gehen. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht genau. Wie siehst du den Autokauf bzw. Verkauf in den nächsten 5-10 Jahren? Stichpunkt Digitalisierung. Oh. Das wird spannend. Also. Ich sag mal. Ab 1.1. ändert sich ja das mit der Gewährleistung schon mal. Nehme. Dass die sich einfach auf 12 Monate. Quasi 24 Monate verlängern. Und tendenziell sind es ja eigentlich sogar 3 Jahre. In Summe. Was ja eigentlich angedacht ist von der EU. Also es ist einfach so. Das ist eigentlich nur ja auf deutsch gesagt irgendwie so ein Step dazwischen noch. Fakt wird sein, dass es ab 1.1. Wir werden damit schon eher beginnen. Noch wesentlich mehr Zettel auszufüllen gibt. Die der Kunde unterschreiben muss. Wenn man es nicht unterschreibt verkaufen wir das Auto nicht. So wird es werden. Und so wird es auch für alle anderen Händler werden. Es wird nie anders funktionieren. Ansonsten bist du nämlich salopp gesagt als Gebrauchtwagenhändler in der Pflicht. Deinen Kunden über etwaige Updates. Software Updates. Sonstige Updates. Zu informieren. Und diese für den Kunden kostenfrei durchzuführen. Quasi in der gesamten Gewährleistungszeit. So kannst du mal kurz überlegen. Sprich du verkaufst hier das Renault Klo. Und Renault überlegt sich wir machen jetzt ein Update für irgendein. Wiss ich jetzt nicht was. Steuergerät vom DPF oder was ist der Geier. Dann musst du das wissen und den Kunden zutragen. Und theoretisch den Kunden das anbieten, dass du das machst. Und dann frage ich mich noch, wie soll denn das gehen. Also das wird selbst schon für einen Hersteller quasi. Also sprich für einen Vertragshändler schon ein Ding. Aber die wissen wenigstens was los ist. Wie soll ich denn das als gebrauchtwagen Händler mit 20 verschiedenen Marken auf dem Hof im Überblick behalten. Das wird wohl eher schwierig. Also das ist nur ein Punkt. Da gibt es noch ein paar mehr Punkte. Und das ist wenn man sich das neue Gewährleistungsgesetz oder die Erweiterung des Gewährleistungsgesetzes mal so. Zumindest als ich mal einen Stichpunkt durchschließt. Und wenn man das sich mal nüchtern betrachtet müsste es da eigentlich dann aufhören an der Stelle. So und das wird für viele auch dann auch ein Grund sein. Zu sagen ich ändere grundlegend was oder ich höre auf und mache was anderes. Wird es sicherlich geben. Da spielt Geld keine Rolex. Offensichtlich. Beim Schwarzer. Wollen wir Steckbeam? Ah ja. Mit Gewährleistung und Scheißdreck. Ich denke aber, dass wir wahrscheinlich dann immer mehr verstärkt auf Agenturgeschäft, sprich in Kundenauftrag und in Kommission am Markt wiederfinden werden. Auf einmal sind es dann gefühlt alles keine Händler mehr, sondern nur noch Makler. Vermute ich mal. Die nächsten Jahre wird es dann zeigen, ob ich damit recht habe. Ist ja jetzt schon so ein Trend da und ich glaube, der wird nur noch weiter zunehmen. Warum? Der Kunde wird sonst mehr bezahlen müssen für das Auto. Also für das Auto, was ich meinen Zweigen jetzt koste 10.000. Kann sein, dass das Ding in zwei Jahren, dasselbe Fahrzeug einfach dann mit selben Parametern zwei Jahre später einfach mal irgendwie anderthalb, zwei Scheine mehr kostet. Und noch nur für den Kunden am Ende, also am Ende zahlt meiner Meinung nach als erster Linie der Verbraucher drauf, wird auch sein, dass der einen deutlich schlechteren Inzahlungnahmewert für sein Altfahrzeug bekommen wird. Weil der Händler natürlich dann sagen wird, Moment mal, wenn ich das wieder verkaufen will, der Export nimmt ihn nicht. Wenn ich ihn wieder verkaufen will, muss ich das Ding 24 Monate im Zweifel gewährleisten. Zwölf Monate voll, danach Beweislastumkehr. Heißt für mich, ich kann dir zwei oder drei Scheine weniger geben. Fakt wird aber sein, dass wir uns jetzt schon darauf vorbereiten, schon seit längerem. Und keine Autos mehr handeln, die tendenziell mehr als 90.000 Kilometer haben. Die werden wir nicht mehr an den Endkunden verkaufen. Hallo, nochmal an den Tourboot, den wir gerade angucken. Ja, der geht in den Export, kann ich das schon sagen. Der wird safe Richtung Frankreich irgendwo hin verschwinden. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das, was die Franzosen jetzt am Markt weggeholt haben, allein nur bei uns, unglaublich. Haben wir noch nie gehabt so extrem. Weiß nicht, ob dort irgendwie die Geldscheiße von Hünder gefallen ist oder was, ich hab keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Und was ist mit, weil er gefragt hat wegen Digitalisierung, also das Verkaufen allgemein. Was denkst du? Ja, also das Online-Geschäft. Es ist ja Autohero und Co. Mit heute doch irgendwie einen Gebrauchten vor die Tür. Und ich sagte, wer sich jetzt fragt, wie funktioniert das? Ich sagte, es ist und das ist dieses Online-Ding. Und das funktioniert Tatsache. Jetzt hat irgendein Kunde XY, bestellt sich bei Autohero so ein Ding online. Irgendein, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt mal den Audi, ich weiß gar nicht, das haben die in der Werbung Q2 oder so. Ich glaube ich, wo die mit diesem Glaskasten-Auto rumfahren, was es ja wirklich gibt. Gibt es die nicht auch mit dem Golf 8 oder so? Ja, wie auch immer, ist das scheißegal. Jedenfalls, die bestellen sich jetzt ein Q2. Das Ding kommt vor, bevor die Tür geliefert, die haben glaube ich 21 Tage, also sprich 3 Wochen Rückgabe recht. Aber die kurze Frage, wenn du das eh weißt mit dem Glaskasten-Ding, wie läuft denn das wirklich? Kommt da nicht einfach so ein... Nee, kommt ein Glaskasten-Auto mittlerweile. Wirklich? Ja, ja, mittlerweile haben sie die. Okay, krass. Diese Kraft-Dreiachse. Ja, Sprintart-Lubbe, ne? Ja, okay. Mittlerweile sind die auch wirklich klar. Fand ich auch extrem wichtig, weil wenn du damit wirbst, musst du diese Scheißkarre auch draußen rumfahren. Ja, weil ich dachte, wir werfen das einfach vom Hänger ab, so weißt du, vom Kratzer, oder? Nee, nee, das Ding fährt draußen rum, so. Und jetzt kommt was offen. Was ist die Geschichte dahinter? Jetzt kommt das Auto abgeliefert, der Kunde guckt das an und sagt, ach, hier ist doch noch ein Kratzer. Ach, hier ist doch noch ein Kratzer. Ach, riecht da doch ein bisschen nach hoch. Was macht er denn? Was denkt ihr, was der machen würde? Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Das Auto hat meinetwegen doch noch zwei Kratzer und riecht nach hoch und hat ein Brandtuch. So. Was machen die? Die höhlen das Ding wieder ab. Wäre eben Punkt, genau. Würde also wahrscheinlich gehen, problemlos. Was wäre der zweite Punkt? Tauschen gegen andere raus. Genau, richtig. Und der dritte ist? Reißen auch das. Genau, und? Der letzte? Die nehmt es trotzdem. Und weißt du, was die machen? Nehmt es trotzdem. Aber echt? Weil wir haben ja mit Lieferungen die Erfahrung gemacht, dass die sehr wenig waren und so. Weil wir halt greifbar sind. Ja. Und ein physischer Händler, den es wirklich gibt. Ja. Das wiederum, und das ist jetzt diese psychologische Scheiße dahinter, das ist ein Onlinehandel. Und bei einem Onlinehandel, was bedeutet das? Was verbindest du mit online? Warum bestellen die Leute online? Einfach. Und? Begriffen halt. Ja, und? Günstig. Ja. Günstig. Und wenn die dann am Auto stehen und sind in Kratzer und denkst, naja gut, aber dafür was billig. Wo ist das am Ende vielleicht gar nicht wahr? Na eben. Ja. Aber das ist, das ist diese, das ist im Gehirn drin. Es ist online gekauft, das ist günstig. Gibt bestimmt auch die, die dann sagen, hau ab, verschwinde nicht mit die Scheiße. Mach ich eh mal und nie wieder. Aber, nur mal so als Randinfo, wer ein Auto fernab kauft, hat eigentlich beim Händler, wenn er einen seriösen, oft einen Verkaufvertrag bekommt, alle Trümpfe in der Tasche. Weil wir reden nach Erhalt der Ware immer über ein 14-tägiges Rückgaberecht. Nach Erhalt der Ware nicht nach Unterschrift auf der Bestellung, sondern nach Erhalt, Anlieferung der Ware. 14 Tage. Das heißt also, du kannst als Kunde so oder so zurückdrehen. Haben wir schon gehabt. Auto angeliefert, Corvette. Typ Wochenende gefahren, gesagt will ich doch nicht mehr. Wirklich. Mit gelben Kennzeichen angeliefert, hat er sich bezahlt, 150 Euro für die Scheiß Kennzeichen oder was das war. Keine Ahnung, oder 100 Euro. Und ist dann mit dem Ding über das Wochenende gefahren und als die Kennzeichen abgelaufen war, gab es einen Anruf. Könnte er abholen. Und mal gucken, also wenn es sich durchsetzt, dann wird dann die Digitalisierung im Online-Handel krass sein. Aber es wird immer Autos geben. Immer. Die eben der Kunde safe anguckt. Export, Import von Autos aus Sicht für den Käufer oder für die Autogesellschaft Kosten etc. Ja, kommt doch an aus welchem Land. Japan. Achso. Wir wissen, dass es eigentlich genug bekannt ist, denke ich. War eine Frage. Ja, okay. Ich denke mal. Ist ja auch sehr verschieden. Das pauschal zu beantworten ist schwer. Ist schwer. Wo ist es aus der EU, wo ist es aus nicht EU. Kann man sich auch mal schnell verrechnen bei so einem Auto. Geht aber ganz fix. Und dann ist es halt immer logischerweise fast immer so eine Art Agenturgeschäft. Du siehst es halt meistens nie live. Und das Risiko ist groß. Ich meine aber danach zu groß für die Ersparnis und das Verhalten ist. Ja, man denkt immer, man sieht die Preise erst und denkt so geil. Geil. Und dann kommt halt das dazu, das dazu, das dazu, das dazu. Und dann auf einmal ist es doch ganz schön teuer. Und dann steht das Ding da und du hast keine Gewährleistung, nichts. Gar nichts. Du musst am Ende noch reparieren. Kannst halt Glück haben. Und kannst aber auch Pech haben. Wenn du Ahnung hast und selber schrauben kannst, ist es wahrscheinlich in Ordnung. Dann kannst halt selber dir helfen. Wenn du es aber nicht kannst oder hast, dann würde ich dir dringend davon abwarten. Als Privatmann, als Laie. Wieso steht bei euch, in Klammern bei Mobile, bei den Kfz nicht unfallfrei dran? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir machen die Angabe nicht. Weil die Angabe, die ich nicht mache, für die muss ich auch nicht haften. Das ist ganz hart und salopp gesprochen, so ist es. Weil, jetzt kaufe ich meinetwegen hier das Renault Claw, wo wir gerade drinnen sitzen. Kaufe ich jetzt meinetwegen unfallfrei. Jetzt kriege ich das Ding geliefert und stelle fest, der hat am Kultfügel eine Nachhackierung. Wenn ich dann als unfallfrei inseriere und verkaufe und das nicht klar deklariere, was damit gemeint ist. Also müsste ich dann wieder ein neues Blatt Papier nehmen und da irgendwas wildes draufschreiben. Um uns das aber generell zu ersparen, lassen wir es halt einfach gleich weg. Um nie irgendwelche wilden Zettel schreiben zu müssen und den Kunden irgendwelche wilden Storys zu erzählen. Die sagen den Kunden, das und das ist mit dem Auto. Fertig. Die und die Nachhackierung, was wir halt feststellen können. Und das, entweder ihm gefällt das oder ihm gefällt das halt nicht und dann ist gut. Was anderes machen wir nicht mehr. Also früher hier, wie die Standardsprüche waren, hat man eine Nachhackierung am Kultfügel bekommen. Wahrscheinlich wegen einem Kratzer. Naja, das ist alles Bullshit im Zweifel. Kann man nur vermuten immer. Wissen tust du es, wenn du nie live dabei warst oder es keine Rechnung gibt, nie. Wenn du jetzt unfallfrei gekauft hast, dann ist es halt immer laut vor. Genau, richtig. Was hat es mit den alten Bildern von DD auf sich? Wertanlagen, Swingerspiley? Achso, nö. Also die, die da rumhängen. Die habe ich einfach irgendwann mal quasi aus einem Sterbefall herausgekauft. Leider und es war ein dummer Zufall. Weil wir waren eigentlich dort wegen zwei Autos. Ich glaube damals ein GLE und ein Jaguar. Die sagen wir mal so, die zwei Autos sind es nie geworden, aber die will doch. Irgendwas kauft er immer. Genau. Julian, das geht entweder an dich oder an Düse. Wieso ist euer Media-Heini so ein geiler Hecht? Das geht dann wohl an Düse. So, die Frage finde ich interessant jetzt die nächste, weil wir das ja auch schon mal hatten, das Thema intern. Wann kommt denn ein Video vom Fuhrpark eurer Mitarbeiter? Das ist jetzt mal wieder eine Nachfrage. Wir machen das mal irgendwann, oder? Ja, also wegen mir. Mal einfach an einem Samstag Nacharbeit. Ja. Nacharbeit? Wenn man da Bock hat. Also ich nicht. Ach, wegen einer Stunde oder so. Ich bin froh, wenn ich mal Samstag zu Hause sein kann. Ja, klar. Also für mich fällt Samstag auf jeden Fall flach. Feierabend und hey. Und wir können das ja lustig ausziehen, dass jeder sein Auto vorstellt oder irgendwas damit machen oder keine Ahnung. Ja. Was für ein Auto stellst du da jetzt eigentlich genau? Wie gut jetzt? Ja, kann man machen, aber. Mein Fahrrad. Ich glaube da haben wir noch so ein, zwei andere Sachen, die wir mal unbedingt machen wollen. Aber das kommt oft, also sogar nicht? Es kommt relativ oft mit dabei. Das teuerste, je verkaufte Auto bei euch. War man klassisch ein Audi? Nee. Ich bin mir nicht mehr sicher. SL36 oder Audi R8 Spyder. Ich weiß es nicht mehr genau. Da lagen beide um die 100. Und halt der Lambo vom... Ja, stimmt. Ja, ein Aventador stimmt. Der lag auch bei 250. Ob er nicht verkauft wurde und dann wieder... Der ging dann zurück und dann hat der Besitzer das Auto für ein Geld verkauft, wo ich sage, naja. Das hätten wir schon vor ein paar Monaten haben können. Oder beziehungsweise... Das ist auch manchmal das erste Angebot das Beste. Ehrlich. Ehrlich jetzt. Wenn ich wirklich ernst gerade in dem Bereich. Das ist manchmal das erste Angebot das Beste. Wir hatten mal einen Lamborghini Aventador. Von einem Kumpel da. Zum Verkauf. Und ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube wir hatten 250 oder 260 draufstehen auf dem Ding. Schon eine Weile her jetzt. Und da hat ein Schweizer angerufen. Der hat gesagt, 10 weniger. Ich nehme die Hütte. Und das ging halt aber innerhalb von einer Woche. Dann aber der Besitzer hat gesagt, nee. Lassen wir noch stehen. Warten wir es ab. Der wurde auch abgepreist irgendwann. Ja klar. Der hatte dann für... Ich nenne es mal nie die Zahl, die ich kenne. Aber der ist für deutlich weniger dann weggegangen. Ja. Welche Marke verkauft ihr am meisten im Jahr? Porsche. Gefühlt. Ja jetzt dieses Jahr ist relativ viel Richtung Porsche. Das stimmt schon. Aber es ist glaube ich immer noch Audi Mercedes. Schon noch Spitzenreiter. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also Mercedes. Ich wollte gerade sagen VW zwischendurch wegen den ganzen Antierungen. Ja VW war viel noch zwischendurch. Und die ganzen Passat und so. Aber ich glaube mittlerweile ist es schon eher Benz. Ja die ganzen C-Klassen und so. Massenweise. E-Klasse, C-Klasse. Ja. Viel Verkauf von den Dingern. Geht immer. Wo steigt man so ein für einen W124 bei euch? Finanziell? Durch die Fahrradtür. Wahrscheinlich. Durch die Fahrradtür. In erster Linie. Ja alles gut. Kommt aufs Auto drauf an. Coupé, Cabrio, Kombi, Limousine, Benzindiesel. Du kannst ja 124er fahren für 3000. Du kannst 124er fahren für über 30. Ich würde sagen du kriegst. Wenn du jetzt nicht gerade einen Coupé oder irgendwas mit großem Motor willst. So ab 7, 8 kriegst du einen guten würde ich sagen oder? Brauchbar. Ja. Brauchbar ne. So dass du sagst es geht. Muss ich nicht erst noch übers Lumpschweißen und reparieren. Sondern fährt ne. Und sieht gut aus. Also wenn du hier irgendwie einen 320er haben willst. Als Coupé. Ja. Da sind wir mal schnell 20 weg. Geht was Gutes. Wohin müsste Asti Bier und Süßigkeiten an euch geschickt werden? Mit 3 Fragezeichen. Achso. Na äh. An die Hauptstraße 1 in 0809 Heide Norden. Dann kommt das theoretisch auch bei uns an. Vielen Dank. Man hofft es. Die größten Vor- und Nachteile eines Autohändlers. Größter Vorteil. Größter Vorteil sind so ein paar. Guck mal hier steht schon was schönes auf dem Trailer. Nehmen wir doch den Trailer ein. Jep. Denk ich auch ja. Pass auf wir halten den an. Tausenden Q-Gag halten den ganzen Trailer ein. Da geht es ab oder? Ach den Scheiße. Krank. Ganz ehrlich so wie es da gerade auf dem Trailer aussah, das wäre mein Ziel. Ja. Das muss mal das Ziel werden. Perspektivisch. Dahinten muss man jetzt hinarbeiten. Ja und ich sehe so ein Autohandel immer so wie so ein Schiff. Du musst anfangen langsam den Kurs zu planen. Die Segel zu setzen. Und das Ruder zu drehen. Und zu gucken mit was für einer Besatzung du da hinfährst. Das ist ohne unwichtig. Also Vorteil ist auf jeden Fall die vielen Fahrzeugkategorien mit denen man zu tun hat. Die unterschiedlichsten Menschen können ein Vorteil sein. Dass man sich halt selbst verwirklichen kann. Du bist halt dein eigener Boss. Das ist halt für mich noch so der größte Mehrwert. Also sehr frei in der Richtung. Im Gebrauchwagenhandel frei kannst du halt machen was du willst in Anführungsstrichchen. Größter Nachteil. Größter Nachteil. Größter Nachteil. Da fallen mir leider ad hoc mehr Sachen ein mittlerweile. Früher hätte ich gesagt. Ja. Gewährleistung und nervliche Kunden. Ja sehr überall. Nervliche Kunden gibt es in jedem Bereich. Überall. Kennt jeder. Jeder der in der Dienstleistungsbranche unterwegs ist. Weiß das. Das war in der Gastronomie nie anders früher. Ähm. Was aber eben hinzu kommt. Ich denke jetzt haben wir das schon genug ausgeführt. E-Mobilität. Und der ganze Scheiß. Ähm. Das sind so die größten Nachteile gerade aktuell. Und dann halt die Gewährleistung die halt. Länger und länger wird. Und auch sich die letzten 10 Jahre. Und ich sagte so wie es ist. Die letzten 10 Jahre. Die Gewährleistung gibt es ja schon seit 2001 oder 2002. Ne. Gibt es ja schon ewig. Problem ist hier aber. Dass es äh. Seit den 2010er Jahren gefühlt. Massiv. Zuge. Ähm. Sich zugespitzt hat die Lage. Ja. Und. Ja das auch. Die Autos parallel. Ohne schlechter geworden sind. Noch dazu. Das wollte ich gerade fragen. Denkst du auch dass die ganze Elektronik und das ganze Zeug. Auch ein Nachteil ist. Den man. Klar. Die werden sie so spülen. Ja definitiv. Ja. Das kannst du mal. Du musst dich dann auch wundern wenn irgendwelche Displays ausfallen. Irgendwelche. Genau. Wenn dann irgendein Pixelfehler irgendwo auftritt. Oder Assistenzsysteme. Genau. Assistenzsysteme aussteigen. Oder im Zweifel dann irgendwelche Hybrid Akkus. Ihre Reichweiten nicht mehr schaffen und so einen Dreck. Da bin ich gespannt. Da haben wir auf jeden Fall. Spaß an. Je mehr die Karte kann und je mehr kann leider auch kaputt gehen. Ist so. Ist. Liegt sich auf der Hand. Und das Zeug ist ja. Es ist halt einfach leider so. Es ist ja nicht gebaut worden für die Ewigkeit. Und den Hersteller. Das haben wir nämlich ein paar Mal eruiert. Die meisten Hersteller interessiert der Zweit- und Drittmarkt den Scheißdreck. Das ist dem vollkommen egal. Ob das Ding beim dritten, vierten Besitzer funktioniert oder nicht. Die sind doch völlig Wurst. So. Next question. Wie sind abgeschlossene Gewährleistungsfälle bzw. was beispielsweise ausgegangen? Abgeschlossene Gewährleistungsfälle? Die sind abgeschlossen. Wie sind die ausgegangen? Teuer. Ne. Also im Regelfall haben wir eigentlich alles geklärt gekriegt. Bis jetzt. Es gibt nur manchmal einfach Kunden. Ich sag jetzt mal nur Müllauto. So mitfahren. Da kriegst du es. Da kannst du machen was du willst. Das wirst du mir hinbekommen. Aber zumindest sagen prozentual so. Wie viele Gewährleistungsfälle gut ablaufen und wie viele Probleme machen im Nachgang? Als Kunde oder als Auto? Als Kunde. Das sind doch die wenigsten im Endeffekt oder? Also vieles klappt doch dann. Klappt schon ganz gut. Das meiste. Muss man sagen. Liegt aber auch daran, dass wir versuchen auch wirklich hinterher zu sein. Und ich denke und das meine ich auch. Ich sehe es auch tagtäglich im eigenen Leben. Oder nahezu tagtäglich. Wenn ich so, dass man mit großen Unternehmen vergleiche, die aber Milliarden haben gefühlt. Wie du da behandelt wirst. Wie so eine Fotze. Und was wir für ein Bückling machen für unsere Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es manchmal länger dauert. Aber wir kümmern uns. Wann kommt dein Video zur Einkaufsfinanzierung? Ja. Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass die Banken mehr oder weniger. Wenn ich schon irgendwie was zeige oder erkläre. Oder versuche was zu erklären vielleicht. Sag es mal lieber so. Ich weiß ja nicht, dass alles stimmt, was ich sage. Oder ich zwangsläufig recht haben muss. Das ist einfach nur meine Erfahrungswerte oder meine Einschätzungen. Punkt. Kann es halt passieren, dass du der ein oder anderen Kreditinstitut auf die Füße trittst. Das ist eh ein Punkt. Und wenn, dann müsste man alle gleich behandeln. Wenn, dann will ich ja schon so ins Detail gehen, dass man auch mal Zahlen und Fakten zeigen kann. Und dafür bräuchtest du eigentlich das Go von der Bank. Und rat mal, was die Banken meistens nicht machen. Das Go gehen. Deswegen könnte man es nur so umreißen. Vielleicht mal so ein Video mit so Grundlagen quasi. So wie ich das Grundwissen so. Autohandel Grundwissen? Ja. Ja. Eigentlich gehört der erstmal nicht viel dazu. Verstehst du was für ein Auto ist und bist... Ja, aber so ein paar Begrifflichkeiten oder so vielleicht mal erklären. Ja, das könnte man natürlich schon mal machen irgendwie. Da müssen wir aber mal gucken, was jetzt interessant ist. Ja. Könnte man in die Kommentare schreiben, so was für Begriffe man vielleicht mal... Über Autofinanzierung oder Absatzfinanzierung oder Einkaufsfinanzierung kann man stundenlang wahrscheinlich drüber ausführen und auseinandernehmen. Und analytisch betrachten die ganze Scheiße. Was man noch sagt, ganz ehrlich, das ist meine Meinung und dabei bleibe ich auch. Ich sagte, es ist 80% der gebrauchbaren Händler in Deutschland haben keinen genauen Überblick über ihre Gesamtkosten. Die wissen also meiner Meinung nach nicht genau, was sie im Monat tagaktuell ausgeben. Also hinterfrag dich jetzt mal. Hättest du jetzt mit einem Knopfdruck deine Kosten, die du jetzt Stand heute produziert hast, schwarz auf weiß? Also ich hätte das nicht mal privat. Ich sehe so einen Autohandel, hast du schon gesagt, wie so ein großes Schiff. Umso mehr Autos da sind, umso mehr Mitarbeiter, umso größer ist das Ding. Also bist du entweder auf der Green Mary 2 unterwegs oder auf der Titanic. Das liegt an dir. Und wenn du deine Zahlen nicht kennst, siehst du den Eisberg nicht. Gerade in Zeiten von Corona. Das kann ich dir garantieren. Du bist schneller abgesoffen, als du B sagen kannst. Wenn du deine Zahlen in den Blick hast. Davon bin ich überzeugt. Du musst deine Zahlen kennen und wissen. Und das ist halt das Traurige an der ganzen Sache. Du musst heute im Autohandel, im Brautwagenhandel mehr denn je erkennen können. Was für ein Pfeil auf dich zufliegt. Ein Kumpel aus Berlin, der auch im Autobusiness ist mittlerweile ziemlich groß, hat ihm gesagt, du musst den Pfeil fliegen sehen, bevor er dich trifft. Ich persönlich bin Anti-Schiebedach und Anti-Getönte Scheiben bei Autos. Wie seht ihr das? Geschmackssache. Ich bin kein Schiebedachfreund. Mach die Scheiße eh nicht auf. Aber getönte Scheiben ist schon geil. Getönte Scheiben nervt. Ja, sieht geil aus. Beim Kombi sieht es einfach gut aus. Ja, also gut. Fakt. Sieht besser aus meistens. Meistens. Muss man wirklich sagen. Und Fakt 2 für uns. Kind. Ansonsten. Getönte Scheiben sehe ich eigentlich nur Nachteile. Meiner Meinung nach. Weil. Einparken. Zum Beispiel. Im Dunkeln. In der dunklen Straße. Es regnet. Sack. Wie oft ich das schon hatte. Und denke. Alter, wo ist jetzt die andere Karre? Gut. 360 parken jetzt. 360 Kamera. Egal. Kann die Scheibe schwarz sein. Es wurscht. Siehst du alles schön. Aber ich habe doch schon öfters gehabt, dass schwarze Scheiben dann eben echt gestört haben. Vorteil. Schwarze Scheibe auch. Und das hilft wirklich was. Im Inraumtemperatur im Sommer. Ist safe ein Unterschied. Definitiv. Hilft wirklich wirtschaften. Aber im Endeffekt Geschmackssache. Geschmackssache. Schiebedach würde ich auch sagen. Überbewertet. Eure Erfahrungen zwischen normalem und Ultimate Diesel? Ja. 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 Also um ehrlich zu sein. Ähm. Glaube ich, dass mehr Leistung bei einem Ultimate Diesel. Kann ich gar nicht mitreden. Äh. Was auch gefühlt zu stimmen scheint, ist halt eine bessere Verbrennung. Also du kommst mit dem Ultimate Diesel. Ich habe das früher ab und zu getanktes gelungen. Äh. Gefühlt weiter. Und ich habe auch, das ist mir so damals gegangen. Also bei meinem 211er, 270 CDI. Hatte ich den Eindruck, wenn ich eine Weile Ultimate Diesel gefahren bin. Ähm. Da hatte ich den Eindruck, dass der weniger stinkt. Mhm. Nicht mehr so, weißt du, so der typische Dieselgestank. Ja. Wie beim Q7 V12. Und übrigens, ne. Da hat sich der DPF nicht generiert. Die Kiste macht einfach 6 Liter, 12 Zylinder. Diesel machen einfach Hitze. Und zwar gewaltig. Wann gibt es mal wieder ein Auto kaufen Video? Jetzt. Jetzt gerade. Wie zufrieden ist denn Rico mit seinem neuen BMW G21? Ne. Was? Keine Ahnung. Hast du uns ja was zu erzählen oder? Hast du ein G21 gekauft? Hä? Autos von Zuschauer bewerten. Ist zwar keine Frage, aber... Könnte man machen. Könnte man mal machen. Ja. Was jetzt wird so eine klassische Inserate, ne? Ne. Entweder so oder halt einfach so Autos. Das hab ich mal bei manchen Hamburger YouTube schon gesehen. Ja, genau. Daran dachte ich jetzt nämlich auch. Ja. Dass die uns irgendwie 3, 4, 5 Bilder vom Auto schicken. Und außen in. Und wir halt einfach dazu verlieren. Machen die das ja. Was die gucken sich die Karre an und sagen dann was dazu denken oder was? Aha. Könnte man machen, ja. Die Turnier ist interessant. Ich würde sagen, dann machen wir dann genauso wie hier so einen Aufruf mal. Ja. Dass wir jetzt nicht aus dem Nichts alle Bilder kriegen, sondern wir... Ja, einfach mal eine Instagram-Fragerunde. Ja, nein. Genau. Fragen explizit mal danach, ne? Genau. Yo. Was machen wir gegen die Preisgestaltung von mobile.de? Oh ja. Eine interessante Frage. Einen Aufstand. Jawohl. Einen Aufstandsproben. Ja. Also ganz ehrlich, ne? Das Problem ist, mobile hat uns ja als deutsche Händler oder ja, kann man eigentlich sagen, die Autohändler in Deutschland mehr oder weniger an der Hand. Ja. Du könntest höchstens eins machen. Zum Beispiel, ich sag jetzt einfach, ich hau jetzt einfach mal raus. Wenn JP zum Beispiel sagen würde, aufrufen würde dazu zu sagen, mobile.de zu boykottieren. Und es wirklich, die meisten machen, oder ich sag jetzt so was ist, die Leute den Aufruf wirklich parallel, Schulter an Schulter, Folge leisten würden, hätten die komplett keinen Nährboden mehr. Aber JP würde rechtlich komplett blank werden dafür. Weil? Ja, wegen der Nachrede oder sowas, keine Ahnung. Nachrede? Oder halt, weißt du, wegen... Also du bräuchst, ganz ehrlich, sagst du sowas ist, der Händler, der in Deutschland eine Reichweite jenseits der Millionen knackt, mit einem Autohandelkanal, der hat die Macht. Sagst du sowas ist. Davon bin ich überzeugt. Der kann die Markt beeinflussen. Da beeinflusst du die Macht. Ja. Da siehst du doch, wie große Auto-Youtuber sagen, das und das Auto ist geil. Und ein paar Wochen, Monate später die Zulassungszahlen ansteigen. Oder die Bestellung. Ja, aber ich sag auch die CL-Preise auch. Die alten CLs. Na klar. Nach Maximilianusvideos. Und da haben die YouTuber, da red man vielleicht über YouTuber, die haben in Summe, also zusammen, da sind ja mehrere, die über das Thema geredet haben, oder Videos gemacht haben, vielleicht sagen wir mal 600, 700.000 Abonnenten in Summe. Und gucken wir, was die für eine Marktmacht zusammen schon hätten. Ja. Wenn die irgendein Auto geil finden und darüber regelmäßig Videos machen, was denkst du, was da passiert? Und dann lassen wir bloß 1% davon das Auto kaufen. Und das ist halt das Krasse an YouTube. Du hast mit YouTube meiner Meinung nach, ab einer gewissen Größe, eine nicht zu unterschätzende Marktmacht. Du kannst Sachen aufbauen mit YouTube. Also sprich, Sachen promoten, die dir später im Zweifel was nutzen. Du kannst aber auch damit zerstören. Wenn zum Beispiel ein großer deutscher Auto YouTuber sagen würde, das und das ist scheiße. Ich sag nur ganz kurz, der Kollege Fußballer, der einfach mal die Cola zur Seite schiebt, was ist dann passiert? Wer kann sich daran erinnern, ist noch nicht so lange her. Google es mal, wer es nie weiß. Aber... Da hat sich der Cola-Hersteller gefreut. Auf jeden Fall. Dass er nicht Marktmacht. Natürlich brauchst du dich nie gegen mobile.de stemmen und sagen, Jungs, was ihr macht ist einfach scheiße. Lasst mal eure Online-Seminare und eure komischen Schulungen, lasst die Scheiße einfach mal weg und macht mal was Gescheites für die Händler. Spart euch das Geld, was in dem Dreck steckt und macht mal was ordentliches bitte. Ja, nicht so ein Scheißdreck. Diese Webinare, da habe ich mir glaube ich mal ein oder zwei angeguckt. Da haben wir gedacht, Alter, krass, mach ich wieder aus. Das ist Lebenszeitverschwendung. Da kümmere ich mich lieber um Mail-Anfragen und Kunden. Also um diese Scheiße da zuzuhören. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber mir persönlich gab es jetzt keinen krassen neuen Mehrwert, den ich vorher schon einfach wusste. Und ja, eine Produktschulung von mobile.de. Ja, super. Da machst du mal eine und vielleicht noch mal eine zweite und dann hat sich's. Aber am Ende kann ich mich aber einfach durch das Scheißding durchklicken. Und dann wirst du Bescheid. Dann wirst du auch irgendwann nach einer Stunde Bescheid. Ja. So ist es ja. Es sind okay Hexengepack. Also ich finde, um ehrlich zu sein, was mobile.de macht, ist ein schwacher Kurs. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin nicht zufrieden. Ich mag auch mobile.de. Mit ihrer Preispolitik bin ich überhaupt nicht einverstanden. Viel zu wenig Leistung für viel zu teures Produkt meiner Meinung nach. Und jetzt nur mal so am Rande. Wir knallen zwischen 2.500 und 3.000 Euro im Monat raus für mobile.de. Nur für mobile.de. Im Schnitt. Das geht Quatsch. Das ist schon höflich. Und wenn man mal überlegt, was sie da für dich tun. Du darfst deine Autos darauf inserieren. Du hast so eine komische Kasper-Seite, wo du ein bisschen dein Unternehmen präsentierst und 3-Spieler-Haus-Hofladen und irgendwie 1.000 Wörter schreiben. Oder sowas. Und das war's. Und dann hat reißt sich mobile.de und schätzt deinen Preis ein und sagt, es ist zu teuer oder zu billig. Ja. Und diese Preisampeln sind ja sowieso... Und weißt, was der Knaller ist, wenn du jetzt als Privatmann ein Auto inserierst? Haben wir jetzt schon ein paar Mails erlebt, ne? Müscht sich mobile.de ein und sagt zum Privatmann, du bist zu billig oder du bist zu teuer. Stimmt. Ist wirklich so? Ja. Und dann gibt dir mobile.de vor, wie die dich so annoncieren lassen. Auf der E-Arten-Weise finde ich das in Ordnung, wenn die Endkunden mit ihren Preisen nicht durch die Decke gehen. Aber das muss der Endkunde doch selber wissen dürfen, was er aber jetzt 30.000 oder 40.000 Euro für sein Auto haben will. Das soll er doch selber entscheiden können. Da muss doch nie der mobile Heini sagen, hier ey, 299 ist jetzt wieder der Preis. Hab wir erst, ne? Z4, ja. Kein Quatsch. Der wollte das eigentlich für 3.000 Euro mehr inserieren, durfte aber nicht, weil mobile das nicht freigegeben hat. Es ging nicht. Nein, es ging nicht. Es ging nicht. Und dann kannst du mal sehen, die benehmen sich wie die Achse im Wald, die Kollegen. Ehrlich. Krass. Finde ich komplett krank. Das ist ein komplett krankes Verhalten. Kann ich nicht nachvollziehen. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man als seriöses Unternehmen so agiert. Ich finde das komplett unseriös. Ja. Und ich würde es begrüßen, wenn Autoscout wieder mehr in Fahrt kommt. Das würde ich wirklich begrüßen. Weil die sind mehr liberaler und menschlicher. Gibt es wenigstens noch einen Gebietsleiter, der auch mal draußen unterwegs ist, mit dem du immer was klären kannst. Ja. Bei mobility.de kannst du für 3.000 Euro in irgendeiner Hotline anrufen, wo es gefühlt, gefühlt, das ist meine eigene Erfahrung, einfach mal jeden Scheiß egal ist. Ja. Wo du Premiumkunde bist. Wo du Premiumkunde bist und einen Haufen Geld jeden Monat bezahst. Wir reden hier in Summe von rund 36.000, 40.000 Euro im Monat im Jahr. Wo es einfach mal komplett nie interessiert. Und dann wirst du das noch das nächste. Wenn ich immer dabei bin. Alter. Und dann stellen die auch gefühlt jeden zweiten, dritten Monat ihre Seite oben. Und lassen sich wieder was neues einfallen. Um es noch verwirrender zu machen. Da machen sie jetzt LED scheinen wir einfach hier. Ja. Senon da und B-Senon dort. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Komplett. Ja. Wer hat das gemacht? Ach. Hast du den Kampfjob gesehen gerade? Nein. Alter. Wie war der Fahrzeughandel nach der Wende? Das kann ich ja nicht mitreden, weil ganz alt bin ich schon doch noch nie und noch nicht so lange im Geschäft. Also ich kann nur das wiedergeben, was man mir aus erster Hand erzählt hat. Von Gebrauchtwagenhändlern quasi Tag 1 fast. Und das hatte mit Handel nichts zu tun 1990 nach Öffnung der Grenzen. Sondern das war ein Verteilen. Also ich habe einen Autohandler kennengelernt auf der Bodenbacher Straße. Die gibt es heute noch. Die gibt es eben schon seit 1991 oder sowas. Oder 1990 haben die angefangen. Auf dem Platz sogar glaube ich. Und da stand der Lkw da mit 8 Autos beladen. Und unten standen irgendwie 30, 40 Leute, die sich am Lkw noch überboten haben, wer welches Auto kriegt. Also was für Autos so irgendwelche Westautos? Scheiß halt. Ja, welche abgerockten Westautos. Ja genau. Irgendwelche abgeranzten Westautos, die gefühlt auf dem Schrottplatz eingestanden. Ja. Die dann hier zu Höchstpreisen verkauft wurden. Und auch da ging ja der Markt bei den Bessies drüben in den Arsch. Auf einmal war ja jedes Auto wieder was wert. Ja, 1991, 1992, 1993 war gefühlt jede Schrottkarre was wert. Ja, ja. Gegen den Osten haben die Aussicht gekauft die Idioten. Die hatten natürlich wiederum von der freien Marktwirtschaft nicht so viel Plan. Deswegen sind die natürlich die ersten Jahre die Bürger hier, glaube ich, den einen oder anderen ordentlich auf den Leim gegangen. Na, weil, wenn du es nicht kennst. Und, ähm, damals war auch Autohandel wohl noch ein Mann im Wort, ne. Verträge geschrieben wurden da im Regelfall gar nicht. Anschlag und so. Anschlag, Kohle, Papiere und Schlüssel. Fertig. Ich glaube die ersten Finanzämter so richtig etabliert wurden die erst 93, 94. Bis dahin war im Autohandel, glaube ich, alles möglich. Da konntest du auch wirklich ganz schnell, schnelles Geld verdienen. Und wäre ich, wenn ich mir eher eine Zeit, also eine Zeitkapsel bauen würde, ich wüsste genau in welches Jahr ich reisen würde. Mit dem Wissen von heute. Mhm. Ich bräuchte nur 10.000 Mark Stadtkapital. Ich wüsste genau wo ich anfange, ganz genau. Wäre interessant, wo du dann heute wärst, wenn du da angefangen hättest, ne. Du, da gab es einige Händler auch in Dresden, die haben richtig, 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 richtig mitgenommen. Die haben am Tag, Scaling Tork, 30 bis zu 30, 40.000 DM verdient. Am Tag. Ja. Sind aber auch daran kaputt gegangen. Alkohol, Drogen, Spielsucht, Weiber. Plant ihr noch weiter zu expandieren mit neuem Standort ETC? Nein. Die kürzeste Frage. Die fernste kürzeste Frage. Macht keinen Sinn. An dem Punkt war ich schon. Größer, höher, schneller, weiter. War ich schon. Nein, danke. Das ist ja immer das. Wenn ich manchmal so Jungselbstständige beobachte, oder mich mit denen unterhalte und denke so, wow, genau so wirst du auch. Nie, dass ich irgendwie sage, ich bin gescheitert oder sowas. Im ganzen Gegenteil. Überhaupt nie. Aber ich habe halt für mich festgestellt, dass das einfach nur bis zu einem gewissen Punkt geil ist. Weil du musst ab einem gewissen Grad musst du entscheiden in deiner Selbstständigkeit. Was will ich? Ist das Geschäft meine Familie oder ist meine Familie die Familie? Ich sagte so, wie es ist, das letzte Hemd hat keine Tasche. Ja. Du kannst nichts mitnehmen. Und deine Kinder, wenn du welche hast, werden sehr wahrscheinlich, das ist meine persönliche Meinung. Über Millionen, die du vielleicht hinterlässt und tolle Häuser und weiß nicht was alles. Nie so dankbar sein, als eine schöne Zeit mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter oder mit ihren Eltern. Das ist mir persönlich Mehrwert und die Erkenntnis ist mir die letzten zwei Jahre so gereift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich den Autohandel nochmal in Richtung 200 Autos und mehr schieben werde. Und ich glaube auch nicht, aktuell, Stand heute, nicht, dass ich noch einen zweiten Standort aufmache. Wie viele Kilometer im Monat bzw. Jahr fahrt ihr, um Autos zu kaufen und verkaufen? Das ist interessant. Zehntausende im Monat könnte schon hinkommen, ne? Wenn es reicht. Wenn es reicht. Ja. Was zieht eher die zusätzliche Gebrauchbarengarantie oder die Garantieverlängerung vom Hersteller? Ja. Also salopp gesagt stecken meistens zwischen der Garantieverlängerung vom Hersteller und der Gebrauchbarengarantie vom Gebrauchbarengarantie oder derselbe Versicherung. Bei Kunden zieht, glaube ich, die Verlängerung mehr an, weil die dann denken, hier Hersteller klingt besser und so, ne? Kann schon sein, ja. Muss safe sein. Kommt eben auf die Bedingungen drauf an. Muss man sich wirklich die Modalitäten genau angucken, ne? Ja. Kann sein, dass es passt. Kann aber auch sein, dass es Quatsch ist. Meinungserfahrung zum Volvo XC70 ab 2007. Als D5 geiles Auto, oder? Als Turbo. Wenn du den 15er Turbo noch kriegen kannst, kauf den, wird ein Klassiker. Garantiert. Wie viel Prozent der verkauften Fahrzeuge kommen zurück wegen der Gewährleistungsfall? Unter drei Prozent. Wie lange stehen eure Fahrzeuge im Durchschnitt bis zum Verkauf? Zwischen 90 und 100 Tagen. Ist euer Betriebsgeländer eine ehemalige Tankstelle? Jawoll. Wird es Probefahrten geben, um ein Auto kennenzulernen? Bei SIX gibt es keine A64F? Nein. Mal ein Video über ein paar deiner Fahrzeuge mit der RD48 Gang. Gute Frage. Müsste ich mal über meine Fahrzeuge? Ja. Höchstens, wenn sich das mal ergibt oder irgendeiner Fahrzeuge. Ja, wenn es das mal ergibt oder sowas. Ich überlege mir einen Audi R8 V8 erste Generation zu kaufen. Handschalter. Für Sonntags. Wertanlage, Klassiker? Handschalter. Total geil. Bloß nicht das R3 Getriebe oder wie die Scheiß da ist. Warum machen eure Videos so süchtig? Das ist eine gute Frage. Welcher Porsche als Wertanlage für 50, 60, 70, 80, 90 K? Alter. Da gibt es auf jeden Fall viele. Ich würde sehr jetzt in Richtung GTS gehen. Cayenne GTS, Panamera GTS, 997 GTS. Oder Drobo. Gt3, Gt2 ist zu teuer. Unrealistisch. Wann kommt das Bentley Video? Hoffentlich die nächste Woche mal. Thema, ich würde sagen nächste Woche. Was sind die drei besten Käufe 2021? Da gab es einige. Einige. Das rote G-Modell war nicht schlecht, oder? Das rote G-Modell war geil. Der braunen, den 997 war schön. Der 911, der Meils Quattaham ist auch sehr schön. Da gibt es wirklich viele. Gab es öfter auch Anfragen zu illegalen Geschäften? Wenn ja, welche? Wenn die jetzt Meils Rechnung klären schreiben und so, hast du regelmäßig. Lehmen wir aber konsequent ab. Mach ich nicht. Weil ich keinen Bock habe mit irgend so einem Finanzamt, hier Prüfer, Verharrnder irgendwie dann rum zu diskutieren über irgendwas. Die können von mir aus kommen, die ganze Buchhaltung auf links drehen, alles ausschütteln und dann ist mir das egal. Kurioseste Kunden-Story. Oh, da haben wir viele. Da gibt es mal ein extra Video. Ja. Ja. Habt ihr schon darüber nachgedacht, mit Cupras zu handeln? Ne. Wie findet ihr die neuen Cupra-Modelle? Formentor, Leon als reine Benziner? Ich bin gerade an mir vorbeigefahren und finde es gut, dass sich das E-Hard neu erfindet. Und das geilste in dem Formentor ist der 15. Verbraucher. EU-Reimport. Vorteile und Nachteile für den Privatkäufer? Vorteil günstiger, Nachteile gibt es keine. Golf R 32 mal im Angebot? Ne. Hatten wir schon, aber jetzt aktuell? Ne, ne. Keine Frage, aber macht super unterhaltsame Videos, danke. Danke. Wie viel bekommt man für ein vernünftiges Porsche Cabrio? Kein Boxster, danke. Was, wie viel bekommt man? Ja. Für ein vernünftiges Porsche Cabrio. Na ja, also das ist... Was wäre ja noch, 96, 97, 91? Gibt es Fahrzeuge, die nicht online sind, die ihr nur an Gewerbe weitergebt? Ja. Wo siehst du den Gebrauchtwagenhandel in 10 Jahren? Hat man vorhin schon? Ja. Kann man als Fan einfach mal vorbeikommen und eine Runde quatschen? Schwierig. Zeitlich einfach. Ja. Zeitlich ist es einfach zur Zeit. Land unter. Was war dein erstes Auto, das du im Autohandel verkauft hast? Im Autohandel? Boah, das stimmt ja. Ich kann dir noch genau sagen, was mein erstes Auto war. Oder was wir als allererstes verkauft haben. Weil wir Top Automobile 2010 gegründet haben. Und zwar war das am 27. Dezember 2010. Ein schwarzer Obsidian-Schwarzer meine ich. Aber ne, er war richtig schwarz. Er war auf jeden Fall richtig schwarzer. W210 230er Automatik. Benzin. Mit 87, 86.000 Kilometer runter aus Beuer 96, 97. 99. 997 GT3 als Investition in die Zukunft sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Wenn du das Geld hast, die ja noch nicht hinzustellen. Ja. Wie kommt ihr immer an euren Gebrauchtwagen? Spezielle Börsen? Ja, oder über unsere Abonnenten mittlerweile ja auch zum Teil. Also über unsere Community. Geil wäre, wenn ihr uns so viele Facts wie möglich da mitteilt. Sprich, immer wichtig sind Erstverlassung, Fahrgestellnummer und Kilometerstand. Und die Preisverstellung gehalt hilfreich. Da kann man gleich ein bisschen taxieren. Und wisst gleich, okay. Passt, passt nie. Weißt ich mehr. Ist der M5 V10 noch da? Nein. Ist der verkauft? Echt? Ja, nach Frankreich. Alter, krass. Gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut. Da haben wir es durch. Gut. Freunde. Es war wieder mal, mir war es ein Fest. Vielen Dank für eure wirklich äußerst interessanten Fragen. Auch teilweise sehr komplex und sehr durchdacht. Muss man jetzt mal so sagen. Ich hoffe, ich könnte einigermaßen beantworten. Bin vielleicht mal wieder ein bisschen abgeschmissen vom Thema. Und vielleicht habe ich auch wieder zu sehr Stimmung gemacht gegen diverse Vereine. Aber ich denke, man sollte sich, auch wenn man ein kleiner Pindel ist, so wie ich das bin, nie jeden Scheiß gefallen lassen müssen. Bis bald. Bis bald. Bis bald.